Hallo, ich bin's, Hardy. So, hi, ich bin Hardy Krüger Jr. und ich spiele den Lars Brunner. Und ich freue mich auf euch. Also ich komme hier an und ja, und plötzlich steht Gieser an der Tür. Nein, ich glaub's ja gar nicht. Überraschung. Wie geht's dir? Du hier. Ja, du auch. Wir beide. Ja, voll cool. Ich habe gedacht, überrasch dich mal und sag mal Hallo. Ja, Wahnsinn. Wie lange ist das her? 15, 20 Jahre? Also, gefühlt zwei, aber es war zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Also, dass wir aufgehört haben. Dass wir aufgehört haben, genau. Und Gieser hatte meine Frau gespielt jahrelang in Forsthaus Falkenau damals. Ich freue mich total. Ich freue mich und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich hoffe, dass wir auch ganz viel miteinander drehen. Ja, also. Ja, super. Ciao, ciao. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, dann schaltet ein. Von Montag bis Freitag 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus. So, liebe Leute. Und wenn ihr noch mehr von unseren Backstage-Videos sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr alle Folgen sehen wollt, klickt einfach hier. Und zunehmend wäre es auch noch ganz zuckersmart von euch, wenn ihr uns ein Abo da lasst. ...